Zwei leicht. Achso. Ja, damit wir ewig wieder neu anfangen müssen, oder was? Kann man nicht umstellen im Spiel, ne? Wo soll ich das immer wissen? Wer ist denn das? Das ist der Bösewicht, oder? Wahrscheinlich. Also, ich hätte das Geld genommen und ihn trotzdem mir holen. Na, würde ich kurz sagen. Also, sei froh, dass du nicht den Dicken genommen hast. Weil? Der wäre jetzt mit seinem mechanischen Arm untergegangen. Aber guck mal, ich kann doch mehr Stages zu sein als 8. Ich habe 10 vorhin gesagt. Ja. So, hörst du mir zu... Oh, das war sehr schlau. Du, das hätte ich dir aber auch sagen können, auf dem... Naja, nee, ist egal. Ja, ne, auf dem, weil da eine Flamme drauf ist. Ja. Oh, Trophäe erhalten. Kollateralschaden. Wie kannst du mir festhalten? Ah, ja, also. Ich war gestern dort die Sprungtast, ich weiß eigentlich, warum. Ist irgendwie immer aus meinem Gehirn wieder rausgelöscht. Ja. Hau ab! Ja, ging nicht so schnell, wenn du einmal in Gang bist, ist irgendwie schwer wegzukommen. Hol dir das Money! Weißt du, wir hatten hiermit auch nicht. Sterni! Oh, ich dachte, ich kann da durchlatschen. Jetzt ist mein Stern trotzdem wieder weg. Achso, der steht unter der Leiste. Was hat denn das zu bedeuten? Ja, weiß ich nicht. Ey, was war das denn hier? Alter, ich bin nicht tot. Was ist denn das denn hier? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Ist das hier so eine Art Mario-Verschnitt oder mit einer Feuerblume? Also, wenn er zu mir kommt, kommt er zu mir? Das hat ja super funktioniert, würde ich sagen. Alter, der hat ja eine Lebensleiste ohne Ende. Aber wir haben jetzt trotzdem kein Leben jetzt wieder gekriegt gehabt, ne? Ja, 6 wird maximal sein. Das ist natürlich kacke. Wieso? Na, ich hätte gerne ein paar Level, also ein paar Leben mehr gehabt für's Ende. Das wird ja bestimmt nicht so einfach. Oh, du hast jetzt schon Angst oder was? Ja, habe ich. Oh, scheiße. Mhm, du hast jetzt schon Angst. Ach, ich nehme die Super-Technik anscheinend zu inflationär. Äh, was? Also, wie passt denn das Wort jetzt hier? Ja, aber wie passt denn das jetzt? Das Wort? Wolltest du jetzt klug klingen, ja? Dann sieht's aus. Leben die jetzt noch? Oh. Oh. Oh, fand ich jetzt ein bisschen früh. Ja, aber wir sind doch gleich wieder weg. Kannst du doch nicht, brauchst du doch nicht liegen lassen. Ja. Oh. 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 Ich frag mich ja bloß, wenn du das jetzt zum Beispiel alleine spielst, ob dann ein, äh, normaler Gegner weniger immer kommt. Und ob er jetzt weniger, oder jetzt? Ja, weiß nicht. Ja, doch. Könnte bald sein, ja. Oh, ist das sehr peitscht. Oh, ist das sehr peitscht. Mensch. Wiesel ist gar nicht so schwer, ne? Na, wo ist das nervige? Die ganzen Gegner und da und ja. trophäe und ein der gute tropfen ich hätte echt zu ist wenn bitte und bin fast tot sehr schön habe überlebt mit tropäen wird der tisch müssen aber ja also wieso der gute tropfen ich habe die weinflasche vom boden genommen und zu johann ich weiß nicht die ewigen punkte was das zu bedeuten hat was da am ende kommt an der bestenliste wahrscheinlich so machen wir